Hey ihr Lieben, ich bin Debbie van Dorn und ich werde dieses Jahr das erste Mal auf der Osterkanferenz dabei sein. Am 5. April ist es für mich soweit. Ich werde um 16.30 Uhr ein Seminar zum Thema Not Afraid erst in meinen Schwächen stark geben. Ich bin selber gespannt, was uns erwarten wird. Ich werde auf jeden Fall zusammen mit euch einen Song üben, hoffentlich einen persönlichen Austausch mit euch haben, wo ich euch kennenlernen kann, wo ihr mich kennenlernen könnt und wo wir gemeinsam über unsere Erfahrungen mit Gott sprechen können und uns hoffentlich auch was mit auf den Weg geben können. Passend dazu wird es dann abends um 20.45 Uhr ein Konzert mit meiner Band geben. Wir freuen uns jetzt schon total drauf, weil das die erste Probe, wo wir neue Songs, die ich hier auch schon am Aufnehmen bin, einstudieren werden und extra für euch gibt es dann eine ganz neue Performance mit neuen Songs und einem hoffentlich frischen Input für das Jahr 2015. Ich freue mich auf euch. Ich bin sehr gespannt, wer da sein wird und wünsche euch bis dahin Gottes Segen und viel Kraft und bleibt gesund. Bis dann. Ciao.